Guten Tag liebe Fitness-on-Demand-Members und alle anderen hier draussen. Lass uns einfach das Beste aus der Situation machen und darum habe ich mir gedacht, ich biete einfach ein Online-Training an. Machen doch mit und lassen euch einfach in diesen 20-30 Minuten inspirieren, was man daheim alles machen kann. Und das würde mir mega Spass machen, wenn du mitmachst und einfach auch ein Feedback dazu schreibst oder mir persönlich schreibst, lass uns miteinander reingehen. Wir fangen an, unseren Körper etwas aufzuwärmen und machen mit, legen Puls an oder was auch immer, um zu schauen, wie euren Puls hochgeht oder Netztücher mit. Ihr braucht einfach eine Matte und danach fangen wir an, miteinander zu trainieren. Also es geht ganz einfach. Anfangen tun wir mit den Jumping Jacks. Die, die bei mir waren, wissen, wie sie gehen. Ihr erklärt es zwischendrin immer. Ihr macht einfach weiter. Wenn ihr eine kurze Erklärung dazu gebt, wisst ihr ganz genau, was ihr auch schauen müsst. Damit du auch verletzungsfrei bleibst. Und ja, ich freue mich mega drauf. Und lass uns starten. Also Tourist stellen und Training starten. Ich muss noch ganz kurz da schnell auf. Yes, okay. Okay, ich bin ready. Also, miteinander Jumping Jacks. Auf die Plätze und los geht's. Hopp, hopp. Ober zusammen, unten. Ober, hinten. Ober, hinten. Ober, hinten. Und immer weiter machen. Ich sehe oft, was ihr schauen müsst. Und schauen mit dem Gumpa, dass die Knie nicht so zusammengehen. Nicht so weiter beieinander und so zusammen. Sondern immer schauen, dass die Ferse ganzlich gegen aussen gehen. Und die Knie zu den Vorspitzen gehen. Hopp, hopp, hopp. Wir machen immer noch weiter. Hopp, Brust draussen. Buch ist gespannt. Becken, Boden. Yes. Und gut ist. Jetzt ein Ausfallschritt. Ausfallschritt. Schauen, dass ihr den Betz angeht. Hier. Den Wagen zurücknehmen. Brust draussen. Und einmal drüllen. Tief schnaufen. Dann auf die andere Seite drüllen. Wieder tief schnaufen. Und wechseln. Das Bein wechseln. Ausfallschritt. Schön hoch. Brust draussen. Trüllen. Tief schnaufen. Und andere Seite. Und in der Mitte gehen. und schön sich hineingehen. Und jetzt gehen wir den Boden anheben und ganz leicht den Oberkörper anheben und dran lassen. Den Arm und den Bauch ein wenig vorbereiten. Dann dürfen der ganze Licht seitlich gehen, den Arm vorne in die Mitte und dann wieder das gleiche Mal. Zwei, drei Mal. Kurz bleiben. Tief schnaufen und wieder ab. Und andere Seite. Und hopp, und hopp, und hopp. Kurz bleiben. Gut so. Dann machen wir den Vierbeiner. Vierbeiner. Ich hoffe, ihr seht es gut. Ich zeige es euch noch einmal von der Seite. Vierbeiner, gerade Rücken machen. Nicht rund, gerade bleiben. Und vorne strecken, Ferse. Im Wechsel immer. Kopf los gegen den Boden. Ich zeige es euch noch einmal so. Kopf los gegen den Boden anheben. Und Tuma gegen Uffi. Richtig. Da tun wir Uffi. Schulter öffnen. Ferse lang machen. Und wieder wechseln. Vom Bein bis zum, bis der Ferse wird. Am Faden euch lang zieht. Und Uffi. Im Wechsel. Buch spannen. Beckerboden spannen. Und im Wechsel. Jawohl. Uffi. 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 Genau. Mitmachen. Uffi. 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 Gut. Und jetzt gehen wir in die schöne Plank-Position. Schauen, dass der Hellerbogen gerade. Das ist die Haltung hier. Die Hellerbogen sind gerade unter der Schulter. in ihrer Position. Ich zeige es euch noch siedlich. Ich denke, dass ihr in dieser Position durchhalten. Dass wir nicht so sind. Aber auch nicht durchhängen. Sondern ein bisschen raufkommen. Hierbei noch bleiben. Und für die, die den Rücken nicht gezüchtern, probiert einfach das Becken ein bisschen anzuehen. Und dann kann es ganz leicht raufkommen. Gut, genau so bleiben, gut so und probieren die Hände nach vorne in den Rölmen wieder und strecken und strecken. Für die, die es nicht können, einfach schauen, dass ihr gerade bleiben oder sonst Pause machen. Super, und die Füße auf und ab. Gut, so. Oh Gott, kurz Pause. Okay, denn, ich treffe jetzt extra bezüglich, das wird es besser sein. So, okay, jetzt machen wir mal von beiden Ableger. Gut, ablegen, die Füße sind aufgestellt. Die Hände hier in die Schläfe. Ihr erhebt den Kopf, den Ellenbogen zurücknehmen. Und jetzt schauen, dass ihr hier den Bauch spannen. Bauch einziehen. Bauchbecken spannen. Und stellen euch vor, das ist ein Faden und er zieht euch die Hände zur Decke hoch. Also nicht den Kopf einrollen, sondern die Brust noch hoch drücken. Bauchspannen und noch eine kleine Bewegung. Das ist ja Bauchübung. Nicht vergessen, immer schön lachen. Dann ist es einfacher. Und auf und ab. Und schau mal wieder zurück an, dass ihr nicht voll entlastet und immer in Erspannung bleiben. Dann machen wir noch ein paar. Lachen, nicht vergessen. Und gut. Stammel anlaufen. Stammel anlaufen. und jetzt machen wir Kniebeugen. Kniebeugen funktioniert folgendermaßen, dass ihr schulterbreit stehen, fährst ganz leicht gegen uns, tröllen, Brust draussen, Buchsspannen und wenn ihr auf dem Stuhl absitzen würdet, damit wir den oberen Rücken auch wieder trainieren, wenn wir reingehen, nehmen wir die Schulterblätter zurück, Kopf für Verlängerung, das heißt sie ganz leicht abwärts, wenn der Oberkörper nach vorne schaut und tief und hopp und hopp, genau und Schulterblätter zurück. Für die, was ein bisschen schwer ist, wegen dem Retrokeien, wenn sie nicht so gut die Balance haben, die anderen machen das weiter, dann den Händen ein bisschen nach vorne strecken, wenn sie eine bessere Balance haben, schauen, dass ihr nicht zu fest auf dem Vorderfuss stehen, um in die Knie zu gehen, sondern schauen, dass ihr wirklich von ganzem Fuss stehen, oben zu Fersen, dass das Knie nicht zu fest über die Vorspitze gehen, sondern dass ihr mit dem Oberkörper zu viel laden und Gesäß ihnen auszuschieben. Aber wichtig, den Rücken gerade zu halten, die anderen machen weiter, genau, dass ihr nicht der da machen, sondern hier abbleiben, und hoch, und weiter machen, wir sind nicht mehr dran, jawohl, und schauen, dass das Knie nicht so breit stehen, dass ihr so in die Knie gehen, sondern das sollte eine Linie sein, und komm mal, hopp, oh Gott, und jetzt, jetzt kommen die Mountain Climbers, wie erkennen sie, die, die bei mir sind, zack, siedlich schnell, vor, die Hände, gerade unter der Schulter, ist ganz wichtig, nicht so, nicht so hoch gehen, sondern gerade unten, Kopf, los, den Boden, und knühen ziehen, hopp, im Wechsel, hopp, für die, die schon hören können, schneller, hopp, 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 genau, mit sechs Mal von vorne, hier, einfach so halb, siedlich, die Hände sind abgestützt, und die anderen Male weiter, hopp, 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 wenn es zu streng wird, einfach kurz Pause machen, und wieder einsteigen, hopp, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut, und kommen die Liegestütze, machen die Liegestütze, gehen am Boden, und schauen, dass die Hände, die Brusthöhe sind, nicht da vorne, beim Kopf oben, sondern da, wieder gerade unten, so hergehen, für Frauen, können natürlich für das Anwinkel hier, Frauen Liegestütze machen, hier oben kommen, und Männer dürfen gerade da gestreckt warten, weiter, 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 weiter machen, zum weiteren Pause, denken daran, je breiter die Händein sind, je mehr gehts in Punktéin, je mehr mischen die Muskalatur, denn wenn ihr sie vorbei macht dann, los geht es um rackum, Jetzt ist es fast noch etwas strenger, also könnt ihr ein wenig variieren, aber jetzt nehmen wir eher eine halbe Breite. Sonst noch ein paar Pausen zwischen den Dinnen und den Rüstigen. Und machen wir den Wechsel und kommen zu den Beinen. Ausfallschritt, genau, wenn ihr hier geht, plus minus, schaue, also auf die Zerspitze gehen, dann rechter Winkel, dann rechter Winkel, so ungefähr die Position haben, plus minus, und Brust raus, Buch spannen, und hopp, und ein, hopp, und ein. Ich stelle mir vor, wenn es in den Knie gerade gegen den Boden nahe geht, immer noch an der gleichen Seite, wenn es geht. 10 Minuten haben wir, kurz ausschütteln, das Bein, und andere Seite, Brust draussen, Buch spannen, schaue, auf den ganzen Fuss stehen, bei Mahi gehen, nicht zu fest auf den Vorderfuss, auf den ganzen Fuss verteilt. Und immer lächeln. Und wieder. Gar noch. Und drüber. Okay. Jetzt. Machen wir. Die. Crunches. Nehmen wir mal die Füße zusammen. Können euch das so heben. Denken drauf, auch wieder spannen. Und. Hinten gehen. Kurz hinein berühren. Und wieder hoch gehen. Hinten gehen. Berühren. Und hoch gehen. Für jeden, dass es vielleicht nicht gleich kommen. Ihr könnt auch hier, hinter der Hälfte auf dem Boden, jetzt hoch zu gehen. Beispielsweise. Die anderen einfach weitermachen. Danke. Ihr könnt euch hier den Hosen heben. Und hochziehen. Hinten gehen. Was auch immer. Aber während. Und sonst bleibender. Im schlimmsten Fall. Einfach nur. Nur so kleine Bewegungen machen. Hinten gehen. Hinten gehen. Hopp. Und. Hinten. Und hopp. Und immer lächeln. Hopp. 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 Genau. Und machen wir noch fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Gut. Dann drüllen wir uns. Aufgenommen. Wir haben noch mehr Vierbeiner. Extra etwas für die Damen. Natürlich auch für Männer. Ist klar. Wir brauchen ja noch gerne eine Knackige. Ihr wissen was. Ähm. Ja. Also. Gerade Rückenparten. Bauch gut spannen. Und nehmen wir nur noch das rechte Bein. Und strecken es einfach. Kopflogen. Verlängeret bleiben. Und die Ferse lang machen. Ferse lang machen. Vielleicht nur, dass ihr das noch seht. Vom Becci her. Wenn wir da sind. Nicht zu fest abdrüllen. Mit dem Oberkörper. Oder mit dem Becci. Sondern gerade bleiben. Die anderen machen weiter. Wenn das Bein leicht angewinkelt ist. Dann ist gerne kein Problem. Entweder ganz gestreckt. Oder leicht angewinkelt. Und noch fünf. Und wechseln. Gut kommen. Denken daran. Leer aparte. Das Becken gerade behalten. Kopf gegen den Boden. Nachher. Noch fünf. Und noch ein anderes Bein. Wenn es so schön ist. Und gegen aussen. Hopp. Acht. Acht. Machen wir sieben. Eins. Noch fünf. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Und andere siebte. Und fünfzehn. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Und fünfzehn. Vierzehn. Und von dir erwähnen. Kannst du ein wenig trinken. Wir sind jetzt gleich, sind vierzehn und halb Minuten vorbei. Und nachher gehen wir in die Rückenübung rein. Bei der Tessen soll ich etwas trinken. Schauen schnell. Wir machen eine Rückenübung, Rücken einrollen. Ich zeige es Ihnen vor, wichtig, gut schauen, gut schauen. Also, Gesäß, hinten raus schieben, Brusthochbarten, und den Tellerbogen zurücknehmen, dann einrollen, einrollen zwischen die Beine, und beim Aufkommen wieder die Schulterblätter zurücknehmen, schau, dass der Rücken durchgestreckt ist, und wieder zusammenrollen, und wieder hochkommen. Zusammenrollen, und hochkommen, und lassen, und hochkommen, und an. Schau, die anderen Wangen weiter, schau, dass ihr den Knick nicht voll aufrollen, sondern dass ihr gleich geblieben, an, und hoch, an, und hoch, und hoch. Züchtern schon, machen wir noch drei, immer Pause machen, wenn es noch mal geht, kein Problem. Und, gottisch, und jetzt, hauen wir den Puls noch mal auf, ok? Nun, machen wir Runnings. Runnings, das erste Mal mit den Knien vorne hoch, Brust draussen, Buch spannen, und, Knien, hoch, 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 hoch. Und jetzt machen wir etwas zwischendrin, Knie hoch und Fersen hoch, Knie und Fersen hoch und jetzt machen wir die Hände hoch. Jetzt kommen unsere berühmten Burpees. Für die, die schon kennen, können schon mit Burpees anfangen. Ich zeige es euch noch einmal ganz kurz vor, damit ihr es auch richtig machen. Also von meiner Seite aus, so mache ich es immer, dass es für alle gleich ist. Wir gehen nachher mit den Händen. Die Lichtvariante ist eine vor die hintere Stelle, andere vor die hintere Stelle. Loslassen wir kurz, die Zahl haben wir ganz unten. Oberkörper rauf nehmen, eine vor die Hände, andere vor die Hände. Den Oberkörper strecken, Schulterblätter zurücknehmen und ganz kurz den Boden mit den Füssen verlassen. Das ist die Zahl, dass man an hat. Ich mache es mal ein bisschen schneller vor. Ich gehe ein, hopp, hopp, hopp. Ich zeige es noch von der Seite. Die andere dürfen nicht mehr noch weitermachen. Und wenn die Pause mal nicht streng ist. Ich zeige es noch seitlich, dass es hier gut sieht. Ein gehen, hinter die Gumpen, hopp. Kurz loslassen. Haufen mit dem Oberkörper, her die Gumpen. Gerade ausschauen und kurz den Boden verlassen. Ich zeige es noch ein bisschen schneller. Aber das mal ohne Gumpen. Hopp. Da. Da. Und. Hopp. Gut. Machen wir noch drei Stück, wenn es geht. Noch drei Birdpies. Ich mache noch mit. Hopp. Und lachen. Und lachen. Und lachen. Und lachen. Und lachen. Klatschen wir mal ab. Zack. Yeah. Und jetzt sind wir schon bei 19 Minuten. Und machen noch ganz kurz. Ganz kurz noch. Dann gehen wir in die Position. Vor Skihockey. Jetzt ist ein bisschen angekommen. Position. Bleiben noch kurz. Die Linienbewegungen machen. Gut. Genau. Bleiben. Denken dran. Ungefähr schubert breit. Die breiten Männer müssen natürlich hoher breit stehen. Nein. Schauen hier das Knie wieder. Vorspitze Knie und Hüfte Linie geht. Nicht, dass wir so nach hinten sind. Und jetzt gehen wir mal nach links. Und nach rechts. Ja. Jetzt machen wir noch ein bisschen. 20 Sekunden. Komm schon. Und fahren. Fahren. Und lachen. Ja. Gehen wir. Und schnell. Hopp. Hopp. Gehen wir noch mal. Yes. Und noch mal links. Und noch mal rechts. Und zum Schluss, wenn ich hoppe, jump am Rufi und klatschen. Und noch drei. Zwei. Eins. Und jump. Und yes. Bravo. Ich gratuliere euch. 20 Minuten trainiert. Ich wünsche euch einen super Tag. Und wir sehen uns wieder. Bleiben dran. Fitness on Demand. Bei Facebook. Drücken Like. Folgen mir. Und danach kommen immer wieder mal neue Infos dazu. Aufrichtet ihr das Workout. Hey. Machen's gut. Haltet die Ohren steif. Und. Wir sehen es. Tschüssle. Und dann. Und dann. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank.